Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Rengeratens. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. das war super komisch das ist Master Guardian MGE da sind nicht die Gegner haben ja gar nichts gerafft 1 CT wo der f**k ist 1? WUH Schau, schau, schau oh my 10 Schuss hatte vielleicht auf MGE hochgegangen Supreme ok wo soll es auch geben ok ok orange komplett und das war weg? ja ok 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 also keine Ahnung ich hätte MGE gesagt es ist Silber niemals ach kacke schnellste Lol wechseln damit man die Schande nicht sieht Oh, Crazy Victor, mein Valorant ist nicht öffnend. Ich will nicht spielen Pokémon. Nein, aber ich bin der, äh, Reikon. Oh, Crazy Victor, mein Valorant ist nicht öffnend. Werte nicht. Sag mal Platin, das ist aber schön gespielt. Easy. Und nur gegen GP. Bei einer Mitte der GP, cool. Der übrigens super traurig an Mundus Stelle. Hier, glaub ich, wieder was Richtung Platin gesagt, oder? Mal kurz gucken. Ja, ich glaub schon. Oh, sehr schön. Kriegen wir vielleicht die sechs Sterne voll? Das war ja mal richtig schön. Ich glaub, ich sag einfach nochmal Platin. Ich hab sechs Sterne? Bin einfach zu gut für LOL. Easy. Kann ich nicht hier einen Stern abgeben für CS, dass ich die Streak aufrechterhalte? Nein? Nein? Na gut, dann nicht. Na gut, dann würde ich auch sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Und in dem Sinne, ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.